Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Plays. Boah, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wir haben sofort unsere neue Mission hier oben. Fliege zum Planeten AE-Geburt. Äh, ja. Machen wir einfach mal. Wir fliegen hier erstmal nach Meer 39. Das ist eine andere Galaxis. So, dann wollen wir mal ganz gemütlich reinzoomen. So, und jetzt müssen wir den Planeten... Ah, da ist er sogar schon. Der T2, ich weiß nicht genau, T1. T1, T0. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ja, bedeutet, wie weit die Rassen sich dort schon entwickelt haben. Frag mich nicht. Wir zoomen einfach mal ran. Dann müssen wir ja gleich genau auf den Planeten raufkommen. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was da jetzt schon wieder los ist. Da ist was auf dem Schiffsradar. Das sieht aber jetzt irgendwie nicht so gut aus. Zu spät. Diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns vielleicht Hinweise darauf, was hier passiert ist. Okay, wollen wir mal schauen. Also, wir fliegen hier mal eben rüber. So, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Nein, wie wir sehen, ist hier unten dieses Teil. Da holen wir uns mal den Scanner raus. Ich verstehe nicht genau, was das hier... Oh, da müssen wir... Da kriegen wir bestimmt nochmal ein Ding ins Führ. So, wir scannen den Spaß hier erstmal. Da kriegen wir bestimmt noch ein Tutorial für, was diese ganzen T-Stufen bedeuten und so weiter. Der Scanner hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendwie Aktivität auf dem Radarschirm. Oh, okay. Vielleicht doch noch irgendwie was. Ne. Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung. Eindringle der Grox entdeckt. Alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Äh, Grox? Initialisiere Selbstverteidigungscode Grox999. Alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Äh, wir sind keine Grox. Warnung. Alle Grox-Eindringlinge werden vernichtet. Äh, zum letzten Mal. Wir sind keine Grox. Egal, das scheint die nicht sonderlich zu interessieren, leider. Ey. Wieso zum Teufel... Sehen die... Warum zum Teufel sehen die denn genauso aus wie wir? Die Drohnen sehen ja genau aus wie unsere Raumschiffe. Die haben meine Technologie geklaut. Die alten Cheater, ey. Oh Mann, Mission ausgeführt. Okay. Ja, ich hab die Mission jetzt fertig. Weiß jetzt aber nicht, ob uns das jetzt schon irgendwie was gebracht hat. Biu. Ha, 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 ha. Aua, tut mir leid. Wollte ich nicht. So, feuert eine kleine zielsuchende Patronenrakete ab. Effektiv gegen feindliche Raumschiffe. Können wir mal probieren. Ah, okay. Die kann leider nicht einfach so eingesetzt werden. Na gut, wir haben die Mission ausgeführt, Leute. Ich würde sagen, wir verlassen diesen schmucken Planeten dann einfach mal wieder. Kehren in unsere Heimatgalaxie dann auch zurück. Oder in unser Heimatsternensystem. Ganz genau hier wollen wir hin. Ähm. Und dann würde ich sagen, dass wir die Mission fertig kriegen. Dein Seetigret empfängt starke Funksignale von diesem Stern. Fliege hin und erforsche. Hey, ja, das ist ja auch mein Sonnensystem. Ist schon richtig, dass hier hoffentlich... Was ist jetzt los? Rotes Gewürz. Okay. Oh, warte mal, guck mal. Wir können jetzt schon die... Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht alleine in der Galaxie sind. Spuren einer untergegangenen Zivilisation, feindliche Sicherheitsdrohnen und die Groks. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschung der Galaxie weiterführen und uns auf mögliche Feindseligkeiten vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellaren Antrieb zurückzuentwickeln. Hä? Zurückzuentwickeln oder weiterzuentwickeln? Naja. Außerdem haben wir für dein Schiff ein Seetigerät entworfen. Es fängt Signale anderer intelligenter Wesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anwesierst. Kapitän, wir brauchen dich im Cockpit unseres Raumfahrtprogramms. Ja, ich bin dabei, würde ich mal sagen. Wir müssen unser Reich und unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf andere Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet, mit dem unfassbar effektiven Kolonie-Unfassbar-Paket zu arbeiten. Okay, sehr schön. Wie gründe ich denn eine Kolonie, mein Freund? Eine Kolonie zu platzieren ist ganz einfach. Nach dem Flug zum Planeten rum, wählst du das Kolonie-Werkzeug aus, das sich jetzt in deinem Kolonisierungs-Werkzeugkasten befindet und platzierst die Kolonie auf Festland in der Nähe eines Gewürzgeysers. Das Paket entpackt sich von selbst und formt eine Kolonie. Kein Zusammenbau nötig. Du solltest danach aber Kontakt aufnehmen, um sicherzustellen, dass die zusammengefalteten Bürger alles sicher überstanden haben. Okay. Ähm. Eins noch, bevor ich gehe. Wie können wir behilflich sein? Einmal reparieren, bitte. Ähm. Hast du noch Missionen? Mal sehen, ob die Missionen-Zun-Werkzeugkasten hat. Okay, machen wir erstmal lebwohl. Also. Der Planet Hum. Wo befindet er sich? Dann befindet er sich... Das ist der. Das ist der. Das ist Hella. Hella ist zusammen. Ne? Also das Grenz-Reich. Naja gut. Ne. Der scheint hier nicht drin zu sein. Der Planet Hum. Dafür müssen wir... Ah. Die Sternenkartenfilter helfen dabei. Lauf jetzt in der Galaxie. Mein Reich. Blablabla. Der Filter. Missionen zeigt alle Sterne an. Die aktive Mission. Okay, alles klar. Sehr schön. Also wir müssen jetzt hier in das Sternensystem Geo. Ja komm, zoom da mal ruhig rein. Du kleiner Schlingel. Und hier soll sich jetzt ein Planet befinden, der für uns wie geschaffen ist. Ah ja. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roten oder blauen Umlaufbahnen. Ah ja. Okay. Das ist Rebat. Das ist Hum. Ah ja. Sehr schön. Und das hier ist Heer. Wir sollten jetzt auf Hum einen bauen. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Hum. Und da gehen wir richtig schön nah ran. Da gibt es ja gar kein Wasser. Hä? Was ist da denn los? Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden. Vom Kargenmond bis zur blühenden Terrascore 3 Oase. Ertragreiche Kolonien fördern Gewürz, das gehandelt werden kann. Okay. Sehr schön. Also das ist jetzt hier scheinbar so ein Planet. Setze dein Koloniefahrzeug ein, um eine Kolonie zu erstellen. Befindet sich im Geosystem. Platziere die Kolonie auf dem Festland und in der Nähe von Gewürz geysieren. Also hier drüben wären direkt zwei recht nah. Also eigentlich sind hier ja doch recht viele Gewürzgeysire. Wenn wir so eine Kolonie jetzt hier hin platziere. Ah ja, guck mal, da sehen wir sogar den Umkreis. Kriege ich da zwei Gewürzgeysire rein? Ja, so würde ich jetzt zwei reinbekommen. Mehr als zwei kriege ich aber glaube ich nicht, wa? Machen wir es so. Ich würde sagen, hier packen wir mal die erste Kolonie hin. Das würde ich mir gerne ein bisschen näher anschauen. Hey, sehr schön. Zack, da wird die Stadt gegründet. So muss es sein. Ah, die Gebäude muss ich wahrscheinlich wieder setzen. Ne, oder? Oder wie oder wat oder wer oder wann oder wo. Haben wir keine Atmosphäre hier etwa? Oha. Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab. Und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begranced. Investiere erst ins Terraforming. Gründe dann Kolonien und der richtige Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. Okay. Erstatte auf deiner Heimatwelt Bericht, worum und Ehre auf dich warten. Ah, okay. Ich soll jetzt erstmal wieder nach Hause fliegen. Okay. Und dann sagen, ey, guck mal, ich hab ne Kolonie gebaut. Ich bin voll toll. Mögt ihr mich jetzt? Hei, hei, hei. Na gut, schade, dass man nicht direkt irgendwie zu seinem Heimatplaneten wieder hinfängt. Ah, guck mal. Warte mal. Kann ich direkt sagen? Jetzt wird mir angezeigt, direkt welche Planeten... Ah, wenn ich da mal war. Jetzt seh ich da, was da los ist. Okay, also auf Grand Sarnia. Es gibt unterschiedliche Farben von Gewürzgeysieren scheinbar. Oha, Leute. Ich glaube, diese Weltraumphase hier, die wird noch richtig geil. Ich glaub, da wird's noch einiges geben. Was wir da erforschen können und so weiter. Ja, genau. Erstmal... Oha. Erstmal schnell wieder auf unseren Heimatplaneten. Du hast Gewürz gesammelt. Gewürz ist ein wertvoller Handelsartikel. Sammle es bei jedem Besuch in deinen Kolonien oder auf deiner Heimatwelt ein. Okay, kann ich gerne machen, ja. Äh, ah, kann ich jetzt hier schon Bericht erstatten? Sehr schön. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Kapitän. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du diese Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore von Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unserem neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Bis dahin müssen wir uns um dringendere Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Na klar, ich bin dabei, Junge. Kapitän, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von anderen hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du müsst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Benutze das Seetierwerkzeug an Bord deines Schiffes, um sie schneller zu finden. Wirst du diese bedeutende Mission übernehmen? Natürlich! Wie sollte ich denn mit denen reden? Also, dein Kurzstrecken-Kommunikator ist mit einem Universal-Dolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht, denen du begegnest. Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb ihres Sonnensystems befinden. Ja, großartig! Wie finde ich die Aliens? Wir konnten den Ursprung dieser Übertragung nicht genau bestimmen. Du musst dich also ein wenig umsehen. Sobald du im interstellaren Raum bist, fliege zu den Sternen, die du auf dein Seetierwerkzeug mit Funkwellen und Aursignalen reagiert haben. Das sind ziemlich sichere Hinweise. Okay, woher weiß ich, wann ich zurückkommen soll? Der Weltraumflug führt zu Abnutzungserscheinungen an deinem Raumschiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen, ob weitere Aufträge im Rahmen der Raumfahrtsprogrammes vorliegen. Alles klar, ich glaube, ich hab's kapiert. Wir warten auf deinen Bericht, sobald du Kontakt mit der Aliens aufgenommen hast. Alles klar, mach's gut! Ciao, ciao! So, okay, bla bla bla. Ob sie die Raumfahrt merkt haben, wer ist so bla bla bla. Also, dieses scheiß Seti. Ist das hier im Hauptzweig? Gerade da? Scan? Hallo, wo ist denn mein Seti? Hallo? Hallo? Äh. Find da ein Außerirdisch, bla bla bla. Ach, okay. Ah, ich muss einfach nahe fliegen. Wir fliegen mal hier rüber. Doch, ah, warte, guck mal. Hier scheint was herzukommen. Das sieht auf jeden Fall so aus, wegen diesen Signalen. Deswegen gehen wir hier mal näher ran. Und, ah ja, da soll es wirklich sein, Leute. Und da fliegt wirklich einer. Och, hat der ein schönes Raumschiff. Airpils Gleichung war korrekt. Eine lebende, außerirdische Rasse. Wir sind nicht alleine. Es sieht so aus, als hätten sie einen Gestanden... Äh. Einen Gesandten geschickt, um dir Grüße zu übermitteln. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Öffne dein Kommunikationsmenü. Okay. Ist das mein Kommunikationsmenü? Ach nee, das ist mein Kommunikationsmenü. Äh. Halte nun dein Plädoyer, warum du weiterhin existieren solltest. Oh, die sind uns aber nicht gut gesinnt. Wir misstrauen Fremden. Äh. Blicke auf. Ich komme von der großartigen und mächtigen Planeten Grand Sarnia. Aha. Wir sind sehr gespannt auf deine Demonstration deiner sogenannten Großartigkeit. Alter Vater. Der will es gleich wissen. Also, ich bin gar nicht so klein, wie du denn bist. Aber machen wir mal weiter. Ähm. Ich könnte mich hier aufladen. Kostet aber Geld. So sprich denn. Was willst du? Vielleicht haben die Missionen für mich. Äh. Während du für uns tätig bist, können wir uns viel freier dem Kampftraining widmen. Gibt es dir irgendetwas, was erledigt werden muss? Glaubst du, du bist stärker als die Kabak-Rei? Ich beweise es, begib dich zum Planeten Eurya und trotze allen Gefahren, die dich dort erwarten. Es wird sich zudem für dich lohnen. Okay. Erzähl mir mehr darüber. Das Kommando über ein Raumschiff macht nur die Hälfte der Pflichten eines Weltraumkapitäns aus. Die andere Hälfte erfordert taktisches Geschick auf der Planetenoberfläche, denn du wirst bei deiner Mannschaft das Raumschiff verlassen und dich auf Planeten hinunterbeamen. Höh. Hinunterbeamen? Unsere Wissenschaftler haben dein Schiff mit einer Teleportmaschine ausgerüstet, die dich und deine Mannschaft auf die Planetenoberfläche hinunterbeamt, damit du dort planetare Missionen durchführen kannst. Eieiei. Cool. Äh, ja. Alle coolen Kapitäne haben sowas natürlich schon. Und deswegen ist die Frage jetzt. Sind wir bereit für einen Besuch in Wattego? Ein Abenteuer. Leute, ich bin dabei. Sobald du auf Eurya angekommen bist, musst du dich auf dem Planeten runterbeamen. Zuvor hast du noch Gelegenheit, dein Außenteam auszurüsten. Bei manchen Abenteuern kannst du Mitglieder deines Geschwaders runterbeamen. Deine Bezahlung wartet bei deiner Rückkehr schon auf dich. Okay, sehr schön. Verstanden, Missionszentrale. Wir haben uns jetzt also eine Mission gegeiert bei dem Kerl. Ähm, bla 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 bla. Ja, und wir sollen jetzt hier Wattego besuchen. Wo ist ein Wattego? Das ist das hier. Das ist es nicht. Das ist wahrscheinlich gar nicht in diesem Sternensystem. Nee. Wir müssen hier wieder mal raus. Und ja, wie ihr seht, der Filter Verbündete und Feinde zeigt an, welche Gebiete von Freunden oder Feinden kontrolliert werden. Das Filter Reiche zeigt alle Sterne an, in denen außerirdische Reiche beheimatet sind. Also, ich könnte jetzt nach Hause fliegen. Warte mal. Ach, guck mal. Ich kann gar nicht direkt. Doch, kann ich doch. Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Sind hier noch irgendwo Signale? Nein. Mhm. Ich könnte jetzt hier verliegen und die Mission zu Ende bringen, dass ich jetzt Kontakt mit den Außerirdischen hatte. Aber ich würde sagen, wir fliegen erstmal beim nächsten Mal hier nach Linz 22, wo wir dann die Mission machen, wo wir uns auf dem Planeten hinunter beamen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was wir dort machen müssen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid, wenn es heißt Let's Play Spore. Also, der Weltraummodus verspricht wirklich einige interessante Sachen hier bereit zu halten für uns. Die Abenteuer können also losgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Mach es gut. Ciao, ciao.